Good day Pilots und herzlich willkommen zu Flight Sim 2023 News. Ich bin's, der Jackie und Pilots, haltet euch fest, es wird eine geile 767 geben für Microsoft Flight Simulator. Mehr erfährst du in diesem Video, also lass auf jeden Fall ein Abo da und aktiviere die Glocke, denn ich werde dich immer auf dem Laufenden halten. Was News betrifft, let's do this! Boeing-Fans aufgepasst, seit wird es für uns im Microsoft Flight Simulator eine kostenlose Boeing 767 im Microsoft Flight Simulator geben. Der Publisher Luna Simulations hat jetzt mitgeteilt, dass sie eine 767 für den Microsoft Flight Simulator gratis ankündigen und jetzt programmieren. Dazu gibt es dann noch eine Integration mit dem Salty Simulations Mod, die dafür sorgt, dass ihr ein schönes Autopilotverhalten habt. Nichtsdestotrotz gibt es noch vieles mehr und zwar bekommt ihr eine primär benutzerdefinierte Fluganzeige, ein Electronic Flight Bag, also ein Tablet, was ihr auch in den Bildern seht, Cockpit Animation und vieles mehr. Ja, schöne Sache, Boeing 67 gratis, richtig geil, dazu bekommt ihr ein 3D Cockpit, ihr bekommt Soundeffekte und vieles mehr. Ich werde euch natürlich bei diesem schönen Projekt weiterhin auf dem Laufenden halten, wann es das Add-on gibt, mit dem Download-Link und vieles mehr. Daumen auf jeden Fall meinen Kanal abonnieren. Zur Boeing 67. Die Boeing 67 ist ein mittelgroßes Großraumflugzeug mit zwei Gängen, das erstmals 1982 in Dienst gestellt wurde und als technologische Brücke zwischen der schmalen 757 und der Großraumflugzeuge 747 und 777 konzipiert wurde. 181 bis 375 Passagieren bietet dieses Flugzeug Platz. Viele Airlines setzen dieses Flugzeug zum Beispiel auch in Amerika für Inlandsflüge ein, aber natürlich ist die 767 auch bekannt für Langstreckenflüge, zum Beispiel TUI Fly in Amsterdam, die setzen ihre 767 zum Beispiel dann auch ein, wenn sie über den großen Teich fliegen. Des Weiteren wurden über 1000 767 gebaut von Boeing, also eine schöne Stückzahl. Die Boeing 767 ist auf jeden Fall ein sehr schönes und wichtiges Flugzeug in der Luftfahrt. Gute Neuigkeiten für alle GSX Fans. Der Publisher FS Dream Team hat sein Produkt, sein Add-on GSX Pro für Microsoft Flight Simulator einem Update unterzogen und bekommt jetzt Verbesserungen mit der Enteisung, neuen Menüfarben und vieles mehr. Wer noch nicht GSX Pro hat, der würde sich fragen, was ist das? Ground Service Extreme ist nichts anderes als eine Erweiterung für die Bodendienste mit realistischem Pushback, Catering, Betankung, Gepäckbeladung und Rangierung über Rangieren mit dem Pushback-Fahrzeug oder auch das Follow-Me-Car. Des Weiteren bekommt ihr auch Passagiere, die angezeigt werden, die auch richtig in das Flugzeug über die Gangway, über das Gate zum Beispiel gehen. Frachtbeladung, Follow-Me habe ich gerade erzählt, Anhänger, Kupplungs-Pushback, Enteisung, unterirdische Betankung, Walk-B-Touren, FSDG-Undock-Systeme und vieles mehr. Das neue Update gibt es wie gesagt Verbesserungen mit der Enteisung und wie gesagt alles kostenlos und gratis das Update. Ich habe es mir persönlich noch nicht geholt, da ich immer noch, also da mir das normale einfach reicht. Ich habe mir das kostenlose Pushback-Tool-Fahrzeug heruntergesaugt, das reicht mir voll und ganz. Rund 40 Euro oder 30 US-Dollar müsst ihr für dieses Add-On blechen und ihr braucht 8 GB Speicher. Dann bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr noch mehr gute Tipps und Tutorials benötigt, auf der rechten Seite schaut euch die einfach mal an. Die werden euch auf jeden Fall helfen. In diesem Sinne, schönen Tag euch. Ciao, ciao.